In diesem Video zeige ich euch, was die For-Schleife, die Do-While-Schleife und die For-In-Schleife ist und was es mit Break und Continue auf sich hat. Im letzten Video hatte ich euch gezeigt, dass es beim Programmieren oftmals Situationen gibt, wo man ein und denselben Code immer und immer wieder ausführen möchte. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man eine Liste verarbeiten will, man kann nicht die ganze Liste auf einmal verarbeiten, also muss man jedes Element einzeln abgehen. Man kann das mit Hilfe von Rekursionen machen, es gibt aber auch bestimmte Konstrukte, die speziell dafür gemacht sind, Code immer und immer wieder auszuführen, also zu wiederholen, und zwar sogenannte Schleifen. Im letzten Video habe ich euch die While-Schleife gezeigt, in diesem Video stelle ich euch die anderen Arten der Schleifen vor. Zuerst die For-Schleife. Die For-Schleife ist dazu da, Code bestimmte Anzahl von Malen auszuführen, also zum Beispiel, wenn der Code dreimal ausgeführt werden soll, dann ist dafür die For-Schleife super. Wenn wir uns nochmal den Code aus dem letzten Video ansehen, da können wir sehen, dass wir eine Variable gemacht haben, die wir in jedem Schleifendurchlauf um 1 hochgezählt haben, und zwar so lange, solange die Variable kleiner war als die Anzahl der Elemente im Array. Und dadurch haben wir sichergestellt, dass diese Zählervariable immer im Array blieb, also nie den Index des Arrays überschritten hat. Und genau so funktioniert im Grunde auch die For-Schleife, die ist sogar speziell auf so eine Zählervariable ausgelegt. Denn die definiert man hier im Kopf der Schleife. Vor jedem Schleifendurchlauf wird geguckt, ob eine Bedingung immer noch gegeben ist, also zum Beispiel, ob diese Zählervariable kleiner ist als die Anzahl, wie oft die Schleife durchlaufen werden soll, in diesem Fall 3. Und am Schluss wird diese Zählervariable immer um 1 hochgezählt. Das heißt, das ist im Grunde genau das, was wir mit der Wild-Schleife im letzten Video gemacht haben, nur dass hier die Schleife wirklich genau darauf abgestimmt ist. Wie man sieht, besteht der Schleifenkopf hier aus drei Teilen. Der erste Teil, die Initialisierung, wird nur einmal ausgeführt, und zwar bevor die Schleife überhaupt beginnt. Der zweite Teil, die Bedingung, wird vor jedem Schleifendurchlauf einmal überprüft. Und der dritte Teil, die finale Anweisung, wird nach jedem Schleifendurchlauf ausgeführt. Wie auch schon bei der Wild-Schleife, braucht man die geschweiften Klammern nicht zu setzen, wenn man nur eine Anweisung ausführen möchte, aber muss sie setzen, wenn man mehrere Anweisungen ausführen möchte. Es empfiehlt sich aber, wie gehabt, die geschweiften Klammern immer zu setzen. Probieren wir das mal aus, öffnet wieder die Konsole, und jetzt schreiben wir eine Vorschleife, ich nenne die Variable wieder i, weil das die Iteratorvariable ist. Ich will, dass die Schleife dreimal ausgeführt wird, also schreibe ich i kleiner 3, und i wird hochgezählt, und bei jedem Schleifendurchlauf soll i einmal ausgegeben werden. Führen wir das mal aus, und beim ersten Schleifendurchlauf wird 0 ausgegeben, d.h. da ist i 0, beim zweiten ist i 1, beim dritten ist i 2, und da hört es dann auch schon auf, weil wenn i 3 ist, ist es nicht mehr kleiner als 3, und daraufhin wird dann der Code in der Schleife nicht mehr ausgeführt. Man kann das übrigens auch genau andersrum machen. Ich kann auch bei 3 starten und sagen, solange i größer ist als 0, soll der Code ausgeführt werden, und i zähle ich dann runter mit i minus minus, oder minus minus i. Führen wir das mal aus. i ist 3, dann 2, dann 1, und dann hört es auf. Wir können in diese Schleife übrigens auch alles andere hineinschreiben. Wir können hier z.B. in der Initialisierungsphase eine zweite Variable definieren, die ich mal abc nenne, und dann auch auf den String abc-Sätze. Man kann mehrere Variablen mit nur einem var-Statement definieren, indem man die Definition einfach mit einem Komma trennt, und dann gehe ich hier rein und gebe den Buchstaben an der entsprechenden Stelle in dem String aus. Führen wir das mal aus, und zuerst wird a ausgegeben, dann b und anschließend c. Gehen wir jetzt mal in die Funktion, die wir im letzten Video geschrieben haben, und schreiben hier die wild-Schleife zu einer for-Schleife um. Wie funktioniert das? Wir packen zuerst diese Definition der Variablen i an den Anfang der for-Schleife, dann belassen wir es bei der Bedingung, die hier steht, schreiben ein Semikolon dahinter, und das plus plus i vom Ende hier schreiben wir an das Ende der for-Schleife, also an das Ende des Kopfes der for-Schleife. Definieren wir die Funktion mal so, und rufen join dann mit dem array auf, das ich auch im letzten Video vorgestellt habe, und schreiben als delimiter ein String mit einem Komma und einem Leerzeichen, führen wir die Funktion mal aus, und tatsächlich, der String wird so ausgegeben wie bisher. Und jetzt haben wir halt alle Anweisungen, die mit dieser Zählvariable, die mit dieser Iterationsvariable i zu tun hatten, hier im Kopf der Schleife. Das ist also die for-Schleife, als nächstes die do-while-Schleife. Die do-while-Schleife verhält sich im Grunde genau wie die while-Schleife mit dem einzigen Unterschied, dass der Code zuerst einmal ausgeführt wird und anschließend erst die Bedingung zum ersten Mal überprüft wird und daraufhin entschieden wird, ob der Code dann wiederholt wird. Das heißt, wenn bei der while-Schleife es sein kann, dass der Code gar nicht ausgeführt wird, wird der bei der do-while-Schleife auf jeden Fall mindestens einmal ausgeführt. Wie auch bei den anderen Schleifen verhält sich das hier genauso mit den einzelnen Anweisungen und mehreren Anweisungen, man muss die geschweiften Klammern nicht setzen, wenn man nur eine Anweisung hat, sollte es aber immer tun. Ich will jetzt den Unterschied mal zur while-Schleife demonstrieren. Wenn wir die Bedingung direkt auf false setzen und dann irgendwas alerten, sagen wir mal hi, dann wird das gar nicht erst ausgeführt, weil zuerst die Bedingung überprüft wird und die ist halt false und dann geht das gar nicht erst in den Code rein. Anders bei der do-while-Schleife, wenn wir die Bedingung mal nehmen und hier unten dran setzen, dann wird das hi einmal aufgerufen und anschließend wird erst die Bedingung überprüft und dann wird der Code nicht mehr ausgeführt, nicht mehr wiederholt. Das heißt, das ist was ich sagte, bei der do-while-Schleife wird der Code auf jeden Fall mindestens einmal ausgeführt. Als nächstes die for-in-Schleife. Bei der for-in-Schleife hat man eine Iterationsvariable, die ich hier mal i genannt habe, aber man kann die natürlich nennen, wie man will. Das will ich nur mal gesagt haben, weil ich die hier durchgehend immer i nenne, aber man kann die auch axy nennen, wie auch immer. Und mit der iteriert man über ein Objekt. Ich will das mal hier an unserer Join-Funktion zeigen. Statt dass wir hier var i gleich 0 und so weiter haben, mache ich mal einfach nur var i in r. r ist ja hier unser Array. Und jetzt führe ich das mal aus, auch mit unserem Array, das ich im letzten Video gezeigt habe. Und mal gucken, was passiert. Es funktioniert. Das heißt, das ist hier mit Abstand die kürzeste und einfachste Variante, um über ein Array zu iterieren. Es sieht also so aus, als wäre das die Schleife, die am meisten dafür geeignet ist, aber dem ist nicht so. Hier gibt es einen Vergleich der verschiedenen Schleifen miteinander und es wird geguckt, was die schnellste Schleife ist. Und die schnellste Schleife bedeutet ja dann auch die am effizientesten arbeitende Schleife. Und wenn wir uns diese Liste angucken, da ist die for in-Schleife die mit Abstand langsamste Schleife überhaupt. Woran liegt das? Diese Schleife, diese for in-Schleife ist nicht für Arrays insbesondere gemacht. Ich werde euch zeigen, wofür man diese for in-Schleife einsetzt, aber erst in einem späteren Video. Merkt euch einfach nur, die for in-Schleife solltet ihr nicht für Arrays einsetzen, auch wenn sie am geeignetsten scheint. Was ich euch in diesem Video nur noch zeigen möchte, sind Break und Continue. Angenommen, ihr macht eine while-Schleife und setzt die auf true. Das bedeutet, dass die auf ewig und immer ausgeführt wird. Und sagen wir, ich mach mal hier vor eine Variable, ich nenne die mal counter und setze sie auf 0 und dann zählen wir counter in dieser while-Schleife hoch. Wenn wir das ausführen, braucht der Computer erstmal eine ganze Weile und irgendwann kommt eine Fehlermeldung. Okay, es kommt bisher keine Fehlermeldung, aber der Kühler läuft schon. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass hier schon längst eine Fehlermeldung gekommen wäre, aber bisher ist das noch nicht passiert. Okay, auch nach weiteren zehn Minuten kam keine Fehlermeldung, also habe ich einfach mal den Tab geschlossen und hier einen neuen Tab geöffnet und hier die Konsole darin geöffnet. Was ich euch eigentlich anhand dieses Fehlers zeigen wollte, war, dass ihr eine Schleife vorzeitig verlassen könnt. Diese while-true-Schleife würde ja, wie ich gerade unabsichtlich eindrucksvoll gezeigt habe, bis in die Unendlichkeit ausgeführt werden, aber das kann man verhindern, indem wir hier zum Beispiel ein if hinsetzen, if counter gleich 3000, sagen wir mal, dann und jetzt kommt nämlich das Schlüsselwort, dann break. Break. Break ist Englisch für bremsen oder aber auch kaputt machen. In diesem Fall heißt es, dass wir an dieser Stelle die Schleife verlassen, egal ob die Bedingung im Schleifenkopf noch wahr ist oder nicht. Führen wir das mal aus und jetzt ist die Schleife durch, ohne dass wir gesehen haben, dass sie überhaupt durchgelaufen ist, aber wir können das anhand der Countervariable sehen. Die steht nämlich jetzt auf 3000, das heißt, die Schleife ist tatsächlich bis 3000 gegangen und hat dann abgebrochen, an dieser Stelle, wo break steht. Neben break gibt es auch continue, schauen wir uns die beiden Anweisungen mal im Vergleich an. Wenn der Code durchlaufen wird, springt der in die Schleife rein und nach dem ersten Schleifendurchlauf kommt der zweite und dann kommt ein continue und das bedeutet nämlich, dass der Rest des aktuellen Durchlaufs übersprungen wird und direkt zum nächsten Schleifendurchlauf übergegangen wird und der folgt dann anschließend. Und dann kommt ein break und das bedeutet, wie ihr eben schon gesehen habt, dass aus der Schleife komplett rausgesprungen wird und der Code nach der Schleife ausgeführt wird. Das bedeutet, continue überspringt den Rest des aktuellen Schleifendurchlaufs und fährt mit dem nächsten fort und break springt aus der Schleife komplett heraus. Im nächsten Video werdet ihr mal wieder ein paar Übungen machen und ein kleines Programm schreiben, um Primzahlen zu finden. Das klingt vielleicht etwas komplex, aber ihr könnt das bereits jetzt mit eurem Wissen machen, deswegen probiert es schon mal aus, im nächsten Video zeige ich euch dann, wie es geht. Um das zu sehen, klickt hier in das große Feld in die Mitte oder falls ihr dieses Video in einer Playlist seht, zum Beispiel bei css3html5.de, bleibt einfach dran.